Mit welchen muss man reintreffen? Mit dem roten? Ja Ja ist drin Ooooooh, eingeloggt Jo meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen Das war die schlechteste Ansage meines gesamten Lebens Willkommen zu einer ohne Braindom mit Graphy Aber wir sind grün wie dein Kopf Na hallo meine Piraten Was ist grün Nummer? Und die Tränke Meine Mutter Sie hat meine Mutter Ja Es gibt da so einen Spruch der heißt Was meine Mutter Mit welchen muss man reintreffen mit dem roten? Ja Ja ist drin Ooooooh, eingeloggt Der Boss meine Freunde Und vergifte noch schon die ganze Zeit, Alter Boar Sparming For the win Ich hab trotzdem verloren Aber ich hab ihn auch noch gekillt Oh shit Ich hab keine Pfeiler Ah, der ist ja gar nicht bei uns Retoin your crew Back to Port Back to Port Du Dreckiger Pisser Was ist blaues Porten, ne? Ja, blaues Porten Was für Dreckswaber Ey Der chillt da oben Oben bei uns Find ich nicht gut Da ist es Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Oh ja Immer wenn ich da hinkomme Schießen die das weg Spasten Eritas Du hast gegen mich gerade verloren Warte, ich will mal was versuchen Kann man da oben drauf? Ey, hau ab du Deckswabbermann Oh nein Oh fuck, da war da Das rote Ding Egal, er hat's in das Team reingehauen Komm bitte 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 Ja, ich hab's in rot reingehauen Da ist noch eins Ei, ich seh eins Ich seh eins Und auf rot Hab ich gesehen Oh, dieser Spasten, man Schlepp mich doch nicht weg Du Dreckswaber Oh man, da ist schon wieder eins weniger Hier ist direkt eins Hä? Wieso lebt der denn noch? Ich hab eins in blau reingehauen Hier sind auch alles Deckswaber Ganz ehrlich, das sind alles bestimmt zu Typen, die zum Friseur gehen Man, ich stand doch auf rot drauf, willst du mich rollen, Alter? Oh Das ist doch so kotzig, ey Was willst du eigentlich, du Stinkstiefel? Kannst du eh nicht, Alter Stinkstiefel Ich helf dir! Ja Ja Der hat ein rotes Terwixer, nein! Egal, der hat's in Geld reingehauen, ist doch gut für uns Kriegen ja nicht Punkte oder so? Ja, ich glaub die kriegen, wenn sie einen reinhauen, immer ein Leben mehr Und wir haben gerade relativ wenig Leben Das heißt Ich hau jetzt ein In Dings rein Oh, das Das Holzschwert heißt einfach Timber Cutlass Der Bogen heißt einfach Muskete Maske Warum kommt nochmal was rotes? Oh Tt Da hat einer gerade voll an und an Ja Nimm du das da unten BAMS Ja Wir kriegen immer Leben dazu, wenn wir das machen Ah, ich sehe eins Oh nein, ich muss den daran hindern Oh, ist das schon wieder weg? Na ja, jetzt sind blau reingehauen Für gelb Scheiße Hinter dir, da hinten gerade Äh, Graffi Was? Da Was denn? Habs Hab, hab, hab Ich bin vergiftet, wie mich das abfacken, ne? Ja, ist bei dir auch Ich wünsch mich das Wenn du Wenn du in der Mitte bist und nicht rauskommst, mach einfach slash kill Du Bastard, man Hilfe Der Typ ist einfach bei mir im Boden drin, läuft bei ihm Ja, er hat nicht getroffen Ja, er hat nicht getroffen Hä, willst du mir sagen, dass die jetzt teamen oder was, Alter? Wer? Ja, es sind Kommt einfach zwei Leute von verschiedenen Team und die helft zusammen Ist da das? Ist das? Ja, aber, Mann Was willst du eigentlich, du Ficker, Alter? Richtig, das Eskalationsspiel Ja, gibt's Ja, sorry, Leute Sorry, aber Ich bin schon ein bisschen gestresst, Alter Es ist einfach so gemetzelt, puh Ah Meins Ich hab auch noch voll verschwendet Ja, lag bei mir kurz Was für lag war das gerade? Ja Ja, du hast bei mir grad Im TeamSpeak lagst du auch ein bissl Ja, du hast bei mir grad Habe ich getroffen? Raffi Hallo Hallo Glaub, du lagst gerade ein bissl Nein Also, der TeamSpeak Der ist gerade ein bissl laggy Nein Ja, gib ihm Gruffi Vorsicht, ein zweiter hinter dir Ja, hau Ja, gut, okay Bin ich zufrieden Was ein Idiot Hörst du mich wieder nochmal? Ja, ja, ich hör dich wieder nochmal Du hast bei mir grad kurz irgendwie Ja, ich weiß, intern war grad ein bissl Oh, hier ist eins Ah, ich seh dich Ja, Mann Ich deck dich Nein, hä? Leute, habt ihr es gesehen? Ich muss dir es dir mal angucken Das ist richtig rumgepackt, das Ding, alter Ja, toll, Logi Ja, du bist da reingelaufen Ja, um ihn zu töten Ah Fuck, scheiße Dreck vor unserer Base Ja, er hat uns Dafür hol ich mir das da Auf dem Rot Vorsicht Ja, wir sind gerade nicht Wir müssen mal gelb mehr treffen Die sind gerade vor uns Wenn ich mal so ein rotes Ding sehen würde, ja Ich sag okay Ja, ich seh eins Und Komm schnell Auf gelb Ja Okay, hier ist noch eins Ja, hab's Auch auf gelb Ach, scheiße Okay, wir sind vorne Der hier, hier, Graphy bei mir Wo bist du denn? Hier, direkt neben unserer Base Komm hierhin Schnell, da ist eins Nein, sie haben es genau Wir sind draußen, oder? Ne, sind wir nicht, wir sind grün Wir haben noch genug Leben Ach, wir sind grün, ich hab die ganze Außerdem, da müssen die Wir sind grün Reingeschossen, sind wir grün Ja Ich bin so dumm, Alter Hast du in grün geschossen? Nein, aber ich hab zugeguckt, wer da reingeschossen hat Ja, noch einer, fuck Wir kacken gerade richtig Ja, wenn die alle auf uns gehen, Alter Ja, wir sind hinten vorne Wahrscheinlich haut der jetzt noch einen grün Nein, wir sind draußen Wenn wir es jetzt schaffen, noch einen reinzumachen Dann, äh, Dings Wir dürfen jetzt nicht sterben Wenn wir jetzt irgendwo einen reinhauen, haben wir wieder ein Leben und die Tür geht wieder auf Ich bin tot Du musst jetzt irgendwo einen reinhauen Ja, wenn da irgendwo was wär Ja Sonst haben wir verloren Ich bin noch die ganze Zeit vergiftet Wir haben so gut wie verloren Wo ist eigentlich unser Team-Mate hin? Wo ist denn hier was Rotes? Also Rot ist auch schon mal draußen Also wenn du eins ist, auf gelb schießen Graffi, komm schon Ja, wie die einfach alle auf mich gehen Da kann man nichts machen Ja Die haben sich voll zusammengetragen Egal Ja, egal, aber trotzdem eigentlich eine nützige Runde Ja, wir waren ja zwischendurch vorne Ja Am Ende haben wir einfach richtig auf die Schnauze gekriegt Aber eigentlich mal was Neues auf dem Kanal Also, ja Leute Danke fürs Zusehen Und Ja, bis zum nächsten Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Out Okay, lass mal das Ciao Tschüss Ja, bis zum nächsten Mal !